Sag Alhamdulillah und Allah wird dir mehr geben, auch wenn du jetzt wenig hast, aber zufrieden und dankbar bist. So wird dir Allah noch mehr Segen geben, auch wenn du wenig hast, so wird Allah so viel Baraka darin legen. Wenig Geld kannst du viel damit kaufen, mit wenig Essen werden alle satt, mit wenig aber glücklich. Weil du Alhamdulillah gesagt hast.